Wobei, der fällt auch zusammen, ne? Der sieht schlimmer aus als er ist. Ja. Beim Inneren ist der, glaube ich, schon noch... Ja, ja. Aber oben, die Köpfe sind schon beinahe. All Star. All Star, check. Flutzer 64, contact Miami, approach 124.85 124.85, Swiss 645. Bye. Miami-Central, Good Day, Swiss 645, heavy 16,000 feet. Swiss 645, heavy, Miami, approach. What runway do you prefer? Request runway 9, Swiss 645. Swiss 645, flying 200. I expect RF GPS runway 9, approach. Fly heading 200 and RF GPS 09. Thank you, Swiss 645. Heavy. Checked. Soll ich mal schauen, ob ich dieses Gate erwische? He is briefed. He is briefed. Yes, briefed. Is in the box. He is here. Uhn. Chimius. Swiss 645. I maintain one 2,000 feet. I maintain one 2,000 feet with six4 heavy. Swiss 645. Troth tidal open, send. Out, one 2,000, blue. Checked. Soll ich mal schauen, ob ich dieses Gate erwische? Your voice. Miami Gate. Hello, Swiss 64 Heavy. Request our gate, please, for verification. Juliet 18, there's an open gate. Call me on the ground. Juliet 18, call you on the ground. Thank you, Swiss 64 Heavy. 900,000, and heading 220 for Swiss 64. 0,4 Swiss 64. And approach, Brick 0, 4430. Just passed a big pack of balloons. Probably, I don't know, 8,500 feet or so. Juliet 18, heading 220, 900,000. Blue. Checked. Research 64 Heavy, maintain 900,000. Contact Miami approach, 120,500. 120,500, maintain 900, Swiss 64 Heavy. Approach is active. Checked. Miami Central, left Swiss 65, 11,800, descending 900,000. With Swiss 64 Heavy, just send and maintain 8,000. Send and maintain 8,000 feet with Swiss 64 Heavy. 8,000 Blue. Checked. Near practice is checked, and approach is active. Checked. Traffic, traffic. Traffic, TCAS, UF control. Yeah, IF control, TCAS. Um, climbing with a high rate. This is a joke. Speed 1000, there's a below. 0.219, reduce speed to 210. 210, Brick 5, 1090. Air from 1639, approach 133.05. 3305, Brick at 1639. Yeah, it's clear of conflict. Clear of conflict. Okidok, thank you. The wording is perfect. Welcome. Welcome. Speed brakes. Open, descend again. Checked. Jetzt kann ich dann endlich eingeben, was ich will. Insert. Der hat mich genau im dümmsten Moment erwischt. Ja. Das war auch... Tastes mit einem riesen rate. Ich mache noch keinen kurzen Hüpfen. Vertical speed. Checked. Ich muss jetzt da genau reinfliegen. Ich glaube, das schaffst du nicht mehr. Ja, mal schauen. Jetzt gibt es eine ganz kleine Headingstift für das Erore. Ja. Achtung. Nicht weitersagen. Das sieht gut aus. 10 Minuten. Ja. Ja, gerne. Cabin crew landing in 10 minutes. Das passt perfekt. Ich neise. Ja. Traffic 12 o'clock, 6 miles, turning westbound, heavier Airbus 330 and 9000. West lower. Soll ich sagen? Ja. Swiss 658, request lower. Swiss 64 heavy, descend and maintain 4000. Descend and maintain 4000 feet. Swiss 64 heavy. 4000 blue. Checked. Swiss 64 heavy, descend and maintain. Senna maintain 4000 feet. Swiss 64 heavy. Affirmative, Sir. Out of 13 for 12. We have information. Lights ist er gemacht. Sehr gut. Speed. The airfield on our right. Sieht nicht schlecht aus, wenn ich das anschaue. Huddle, minus 59, dass wir da kurz reinkommen. Der zeichnet nicht, 22 Grad. Moment, der da zeichnet ein bisschen, es wird regnen und etwas schütten. Oh ja. Oh ja. Uh, what do you want on the speed again? 210 for 5 Delta Charlie. 210 for the speed. 210 for the speed. 5 Delta Charlie. Missed Approach Sector ist auch frei. Soweit, so gut. Ja. Kevin ist ready. 1,50 Vectors to final. Maintain 4000. Wir sehen. Kevin and Kelly sind secure. Yeah, 4,000. 4,000 to go. Speed breaks in. Checked. 120 to 19, descend and maintain 4,000. Out of 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 4,000. Checked. 4,05 Delta Charlie. Contact Approach 1,24.85. Out. 4,4,85. Checked. Wo sind da die Kollegen? Tiefer, hm? Ja, die gehen hier noch ein bisschen ausholen. 6,4 heavy, turn right heading 360, descend and maintain 3,000. Right heading 360, descend and maintain 3,000 feet, Swiss 6,4 heavy. Vertical speed, minus 1,000. Minus plus 1,000. Oh ja, wäre da eine Idee. Heute aber kreativ gewesen. So. Vertical speed, minus 1,000. Alt 3,000 blue. Checked. Heading 360. Neue Variante. Hier ist gerade, der ist wahrscheinlich auf der anderen Piste. Genau. Und, würde ich sagen, flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Checked. Möchtest du ein Radial in, Hoodl? Ja, dann gerne. 2,9, 2,7, 2 in, ja. Okay, ich gebe ihn dir. Okay. Noch mal kurz. 6,4 heavy, turn right heading 0,60, 3 miles from Hoodl, maintain 3,000, still established on the frontal push course, cleared RNF runway 9 approach. Okay, right heading 0,60, maintain 3,000 until final approach, cleared RNF 09 Swiss 6,4 heavy. So, track fly pass angle engaged. Checked, 300 to go. Checked. Aber das heading 0,60, das geht gar nicht, oder? Ja, geht gleich aus. Ich bin fully visual, dass wenn ich zu früh runtergehe, dann ist das volle Absicht. 9,2. 9,68 Miami approach, vector RNF approach, RNF approach, RNF 9, or descend maintain. Runway since side. RNF 2, RNF 9, down 8,000, RNF 9, 62. RNF 2219, turn right to 360, 3,60. Auto parado. Checked. 360, 3,000. 2,2,19. Visual, ja? Ja. Cancel altitude alert. Swiss 6,4 heavy, north of the final, fly heading 1,2,0, join the final nine. Heading 1,2,0, joining final nine, sorry for that, it's a 6,5. Ah, das war mein Fehler von lauter. So, visual. Visual. Fly direct us off. Genau, und select speed, engage managed, speed gear down. Speed managed, gear down. Pass. Mit EMI5 mache final approach check. Hm? Okay. Radial altimeter is alive. Radial altimeter is alive, checked. So, flaps two. Speed, speed checked. Flaps two. 2150 Miami approach check. You're able to do the RNF approach runway 12. Jetzt stimmt's wieder. Passing, genau. Little bit low. Final approach check. Visual. 3,000, 3,000, set for the missed approach. Flaps three. Checked. Flaps three, one, two, three, point, niner, Swiss, six, four, heavy. Flaps three. Checked. On flaps four. Speed checked. Flaps four. Charlie Swiss, six, four, heavy on the RNF. Zero nine. Swiss, six, four, heavy on the RNF, runway nine or cleared land traffic landing runway 12, hold short of your runway. Clear to land runway 09 and hold short of runway 12, Swiss, six, four, heavy. Hold short. Swiss, six, four, heavy, your full length is available for you, full length is available for you. Full length is available for us, Swiss, six, four, heavy. Ah, das wäre land and hold schon gewesen, ja? Ja, genau, das ist definitiv. Er gemeint von der anderen Piste, wenn wir rollen. Okay, 1,000 ist over, 500. Checked. Landing check, visual. Landing check, please. Hacker member landing no blue. Landing no blue. 1339, turn left, hold short of runway 12 at Victor and remain in this frequency. Three. Last hold short of 12 at Victor, American 1639. 200. 100. Slightly low. 50, 40, 30, 20, retard. Spoilers. Reverse green. Diesel. 70 knots. Thanks. 54, heavy, turn left, cross runway 12 and join Quebec, ground 12, 1.8. Swiss, six, five. Schöne Landung. Ja, dafür vorher etwas durcheinander. Also. Cross runway. Cross runway. Cross runway. Hat er gesagt. esaabert. Ape is not required. Right, side clear. 1536,對. Approaching. Three, zero. Check. Checked. And. Ah, ist gut, ist frei. Ist gut. Ground, halte, Swiss, six, four, heavy crossing running. Six, four, heavy, Miami ground. Taxi, Viet, Quebec to the ramp. Viet, Quebec to the Ames, Swiss, six, five. also gang of the ramp ramp loose Swiss six four heavy approaching the ramp the six four heavy good afternoon I'm cleared in spot 24 to the one eight 24 and so the one eight Swiss six five Juliet Juliet running four one three give way to town behind you and then push back to spot 21 and the vice taxi after the press you have to push and arrive for a taxi so cleared in jawohl die ist off beinahe pünktlich wie viel Grad war es? 31 Flaps 1 12 at one eight und auf den da achten da der sieht sowas von entspannt aus wir verabschieden uns jetzt von ihnen und hoffen dass sie in der Flug mit uns gefallen hat von Swiss und der ganzen Besatzung besten Dank und auf Wiedersehen links ist okay und clear right side what type of object? it was reported possibly a glove roger america 1639 company reported some thought on november between november 6 and november 7 if you want to get out of them kommt das gut auf der resten Seite see your right side yes okay we'll join Mike behind the westbound company america 1639 but I don't know if it'll help you much going into nine but you're welcome to if you want yeah we'll take it thanks ground pad 232 off date left kilo six for landmark 232 in line of ground sexy via kilo 10232 okay begin